Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es die Highlights der FNCS Woche 3. Es lief auf jeden Fall deutlich besser als die ersten beiden Wochen, aber ich denke auch für die nächste Woche ist da nochmal ordentlich Verbesserungspotenzial übrig. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem ihr werdet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schaut mir auch gerne weitere Video-Vorstücke in den Kommentaren und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Und folgt mir natürlich dort. Link dazu ist ja in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute auch die Solo-Hype-Night zocken und ansonsten vielleicht doch ein bisschen Normal-Solo und Arena-Solo. Müssen wir mal schauen, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Highlights. Ich halte. On the way. Sehr schön. 230 Metz noch. Ne, 220. 190 Metz noch. Sehr gut. Oh, mega viele Metz. 700 Metz wieder. Hinter dir. 200 Metz noch. 150 Metz noch. Oh, mega. Ich halte. Ich halte. 2 Sachen kannst du noch bauen. Eine Sache. Gar nichts mehr. Wohl. Vorsicht. Der Rock launcht gleich. Der sieht mich nicht. Oh, schade. Ey, es war so gut gespielt. Schade. 10 Punkte. Roter Skin. Ja, hast du gesehen? Hinter dem Pfeiler da. Ja. Oben ist 10 Tina. Der hat nur eine Pumpgun. 31er Blue. Ja. Shield Crack. Ich kann nicht kommen. Ich habe keine Metz. Ich bin jetzt auf dich alleine gestellt. Ja, ich weiß. Nein. Nice. Warum geht der runter? Nein. 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 Sehr gut. Let's go. Nice. Let's go. Ist da hinten. Ja, Digga. Heavy Sniper. Ich habe zwei Farmas. Ich kann nicht viel machen. Ey, ich brauche eine Waffe. Ich habe eine blaue Tag. Ich komme. Nice. Let's go. Er ist direkt on me. Ich komme von unten. Da müsste ein Mate noch sein. Also hier ist der drin. Deiner hat Shield, der andere ist white. Beide 18er. Ich bin auch relativ low. Auf 75 AP. Noch eine 18er auf einen. Ich habe nur noch 12 Ammo. 50 Minus. Nice. Auf Bunker John ist sie. Bunker John ist sie low. White. One hit. Down. Let's go, Alter. Gegner unter uns. Am Fluss. Kannst du lasern? Laser, 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 laser. White. White. Perfekt. Let's go, Alter. Geh für Loot. Geh für Loot. Ich gehe mich mal zurück, bitte. Hat 35er Von hinten komplett Die von hinten fucken ab Die Botgranate stand in der Wand Und deswegen war sie golden Oh mein Gott Oh Digga, da ist auch noch einer Ja, keine Chance Oh, ich bin direkt auf einem Gegner gelandet Ich bin auch direkt bei einem Gegner Er trifft mich um die Ecke Ja Oh mein Gott Hier ist einer Ich kann nicht bauen, Digga, hä? Oh, er ist One-Hit Ja Ey, geh nicht zu sehr auf den Kill Ja Scheiß drauf Er ist schon tot, er ist schon tot Oh Digga, lag das Holy Shit Starker Laser Du könntest die Metz nehmen Du hast auch noch zwei Flossen Können die Flosse Ja Oh Digga Ja, keine Chance Kannst snipen? Nee Ich seh die nicht mal mehr Da Ich seh die nicht Ja, snipen 150er Stark Oh, ich hätte auch noch was gedacht Rock Lounge auf die da Ich hab einen 115er Auf wen? Keine Ahnung Auf irgendeinen da Auf keinen Marker 35er, 2, 35er Er ist auf dir gelandet Er ist bugt Da, 2, 35er Auf N Ja, okay Natürlich, Digga Ganz viele Jumphäden 47er auf einen Noch 27er auf den Shield Crack White Absolut 100 Noch eine Shield Crack Noch einer für Shield Da hinten Double 35er Er slagged Slagged Ich hab Ich hab kein Internet In der Situation Wo es am schlimmsten ist Nein Er nimmt den Slopper nicht Digga Irgendwas muss der anhaben Puh Digga Nein, Digga Alter IQ Play Ja, hab ich IQ Play Alter Da unten Der eine hat 115er Der geht auf der anderen Seite hoch Nö Ich kann nicht bauen Ey, ich kann nicht bauen Ich kann nichts bauen Ja, es ist doch echt laggy Die Lobby ist so laggy Alter Kommt bei Dein 30er Hatten du den hit? Hatten du den hit? 166er down Es gibt noch die einzig 71er 27er 24er Hatten 33er einer Calamity Calamity Da ist noch einer drin Mit Rock Launcher Ja Oh, an der Seite kam auch noch einer Oh Calamity Shield Crack Calamity Shield Crack No Scoped No Scoped Feier ich Er läuft Ich wollte eigentlich die Wand Snipen Snipen einfach In ihm dabei Er ist unten hier drinnen Hier, halt Halt Boden Halt Boden Komm zu mir Er ist unten in der Cone drin Und ab 19er Hab ihn Hab einen Headshot down Fick dich Nice Spray du rauf Ich push Spray am besten weiter rauf Ich bin im Wasser Hier direkt Einer low Andere auch low Beide low Ich hör keine Sounds mehr Ah, beide Hä? Ich hör keine Sounds mehr Hä? Hallo Game willst mich Jetzt Jetzt Danke Danke game 99 Damage Südosten Wege Ich mach so viel Damage Auf die ganzen Leute In der Luft Ich hab 600 AR Ammo White 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 Auf Kunja Noch White 66 White Aura 33er Shit Vorsicht Wir werden gerocket launched Nein, das geht auf die alles Ja Hit Shield crack Shield crack Shield crack White Nee, Digga Niemals Ey, das ist dämlich Er wurde mir so abgestaubt Ich hatte schon wieder Ping-Drops Und konnte es halt nicht weiter-moven Muss mir Mini-Gun Jumphead hier rauf Ich hab Low-Jumphead gemacht Weil ich 2,33er Shield crack Shield crack White One-It Ey, Digga Irgendwer Boah Digga Slagged so Slagged so Ich hab Richtig Schlecht Schlechten Ping Lo, Lo, Lo Komm Treasure Kunja Wer, wer, wer Kunja Hab ihn Richtig Ich hab ihn Danke fürs zueditieren Low Down Low, 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 Low Ich kann nicht 100 HP Kann nicht Ah Ne, da hinten Nein, 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 hier Kannst du lasern? Lasern, nein, nicht, nicht, nicht Hat 20er Ja, okay Shield crack White Komplett lasert 2 AR-Hits 2 AR-Hits White White Komplett white Absolut One-Shot Er ist übel One-Shot Noch One-Shotter Als ich Ich hiel mich kurz 150 hoch Ist hinten rausgegangen? Ja Geht da, geht da ein High Ja, ich hab Madge durchgezogen Dropped Dropped Gar nicht Kann Shield crack Hab ihn Wie bekommst du den Kill? Das ist wieder so Aura 150er One-Shot, One-Shot Komm, One-Shot Den einer hat ich gesniped Ja, ich weiß Der ist One-Shot Der ist One-Shot Weil ich ihn noch für White gildet hab Oh nein Ich hab, oder? Nee 32 auf White Die gehen auf High Sind über uns Na toll Hatten 75er One-Hit Ich bin One-Hit Ist der unten? Ja, der ist unten Er gönnt sich Auf den einen Komplett gelasert Oder nicht den einen finischen Noch nicht Ich hiel mich noch schnell Ein 20er Shield Okay Ich bin wieder full eigentlich Hat 150 AP Hab seine Wall Hab seine Wall Er ist raus Komplett One-Hit Ping Drops Ping Drops Ich kann nichts machen Okay, geht wieder Samstags und Sonntags Weil mich Weil ich mich vor 15 Uhr Meistens nicht einspielen kann Immer noch alle Mets verbaut Leck Leck Hilfe Hilfe Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Fick dich Komm bitte, komm bitte 34er Shield Crack 52er White 52er White Hat 20 AP Oder so Hab ihn Ah ja, was für Bots, Digga Hier ist ein Gegner White White Down, down, down Nice Hier ist noch einer Ja Shield Crack 75 White Down Let's go, Alter Low Ah ne, doch nicht low Überhaupt nicht low Hat ein Shield Crack-Hit Mit einem Rock-Launcher Ja Also logischerweise Natürlich Shield Crack Mein Gott, ich hab's grad so heftig Unmeditiert Ist er on me Low Low, low, low Absolut One HP Kannst du aufmachen Hab, hab beide Ne, hab einen nur Die haben wir so geschissen Alter, wir haben die so zerstört Schnell wieder 115 A Sind gepattet 24er Shield Crack Ein 20er Noch mal ein 20er Auf ein Shield Crack Über mir Nein Das Bei den Shield Crack Bei den Shield Crack Nice Hinter dir Wer da Nice Let's go, Alter 29er auf ein Da ich ja Jump hätten wollte Ja, auch on Fuß Ja, on Fuß wahrscheinlich Ich bin ab, okay Keine Chance Keine Chance Keine Chance Keine Chance Keine Chance Ich hab keine Metzer Oh nein Egal Ja, ich bin Dein Ja, ich bin